Das Unternehmen Hain mit Sitz in Rhein-Wöllen entwickelte sich seit seiner Gründung 1992 zu den Spezialisten im Sondermaschinenbau. Die beste Lösung für den Kunden steht immer im Fokus, auch wenn Hain dabei unkonventionelle Wege beschreiten muss. Einer dieser unkonventionellen Wege ist die Entwicklung der mittlerweile weltweit bekannten Mastercell. Die Mastercell ist die Antwort auf die Frage, wie kann man Produktionsanlagen standardisieren und gleichzeitig auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen. Die Mastercell bildet den Grundbaustein der Produktionskette. Durch dieses Baukastensystem kann der Kunde sukzessive seine Automation erweitern und seine Auftragslage anpassen. Die Investitionen des Kunden korrelieren daher mit seiner Produktionskurve. Die Standardisierung der Mastercell ermöglicht es Hain wiederum schnell und individuell auf Kundenwünsche einzugehen. Mitdenken für den Kunden ist das Credo der Ideenschmiede Hain. Um seinen Kunden entscheidende Vorteile zu verschaffen, werden im hauseigenen Labor Prozesse stets weiterentwickelt. Durch diese außergewöhnlichen Ideen wurde Hain zu dem weltweiten Spezialisten im Bereich Automatisierungsprozesse, Gummi und Kunststoffe. Dieses Know-how wird insbesondere in der Automobilindustrie von führenden Herstellern genutzt. Neben der Entwicklung der Mastercell und den innovativen Lösungen im Bereich Gummi und Kunststoffe, ist es die durchdachte Projektabwicklung, die das Unternehmen aus Rhein-Böllen zu einem starken Partner macht. Im ersten Schritt wird in der Konzeptions- und Projektierungsabteilung anhand des Kundenprodukts eine mögliche Produktionsanlage entworfen. Im Labor wird eine Machbarkeitsstudie der vorgeschlagenen Konzepte durchgeführt. Somit kann der Kunde sicher sein, dass sein System den Anforderungen entspricht. Danach wird das Projekt an die speziell für den Kunden beauftragte Projektgruppe weitergeleitet. In dieser Projektgruppe werden alle Kompetenzen zusammengefasst. Unter der Leitung des Projektmanagers, der gleichzeitig einziger Ansprechpartner des Kunden ist, arbeiten Konstrukteur, Programmierer, Elektroingenieur und Maschinenbauingenieur zusammen. Durch diese enge Verknüpfung kann das Projekt optimal umgesetzt werden. Parallel zur Arbeit in der Projektgruppe gehen die Informationen an alle Bereiche der Fertigung. Diese Informationsübermittlung wird durch das innerbetriebliche ERP-System abgewickelt. Alle am Projekt beteiligten Mitarbeiter sind dadurch immer über den aktuellen Produktionsstand informiert. Um die termingerechte Auslieferung der Automation zu garantieren, verfügt Hain über eine sehr hohe Fertigungstiefe. Alle Bauteile für die Anlagen werden im Haus selbst hergestellt. Der Erwerb der Remag macht Hain noch unabhängiger. Nun können Linearroboter für Kunststoffspritzgießmaschinen und hochleistungsstarke Temperiergeräte eigenständig produziert werden. Ein Novum in der Branche ist das hauseigene Servicecenter. Spezialisten sind täglich 24 Stunden über die Service-Hotline zu erreichen. Darüber hinaus können in der Service-eigenen Projektgruppe Erweiterungen und Änderungen an Maschinen schnell und zuverlässig umgesetzt werden. Die angeforderten Bauteile werden in der Fertigung unverzüglich produziert. Dies wird durch den Dreischichtbetrieb gewährleistet. Der Kunde kann durch diesen besonderen Service lange Produktionsausfälle ausschließen. Full-Service bedeutet bei Hain aber auch, Schulungen für Kundenmitarbeiter anzubieten. Die Mitarbeiter des Kunden werden an der bei Hain aufgebauten Anlage eingearbeitet und mit den Produktionsabläufen vertraut gemacht. Mit dem geschulten Personal kann der Kunde direkt nach Anlieferung seiner Anlage mit der Produktion beginnen und gewinnt dadurch kostbare Zeit. Cincinnati, einer der angenehmsten Großstädte Nordamerikas. Durch seine verkehrsgünstige Lage am Ohio River wuchs Cincinnati zu einem der bedeutendsten Industrie- und Handelsplätze des amerikanischen Mittelwestens heran. Hier etablierte Hain sein erfolgreiches Konzept. In der amerikanischen Niederlassung arbeiten mehr als 20 Angestellte nach dem Vorbild der deutschen Mutter. Obwohl beide Unternehmen ihre Projekte unabhängig voneinander umsetzen, arbeiten sie sehr eng zusammen. So finden Ideen vom amerikanischen Markt ihren Weg nach Rhein-Böllem und deutsche Problemlösungen werden wiederum nach Cincinnati exportiert. Dieser internationale Ideentransfer erweitert das Know-how und ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Ausrichtung des Unternehmens. Hain Automation – der Spezialist für Ihren Erfolg. Wir denken für Sie mit, damit Ihre Ideen nicht nur eine Vision bleiben. Hain Automation – Visions become real. Hain Automation – Visions become real.